Bis dann, Jungs. Jetzt die Morgen hier nicht. Simon! Genie. Für die Aufnahmeprüfung brauchen wir eine perfekte Choreografie. Ist die Schule sehr anspruchsvoll? Super anspruchsvoll. Genau deshalb wäre sie ja unser Traum. Kann euch da keiner helfen? Nein, weil Jam nicht will. Jetzt bleibt bei der Wahrheit. Ich will nur, dass sich Ramiro aus meinen Angelegenheiten raushält. Aber Ramiro will uns doch nur helfen, Jam. Was hat das damit zu tun? Hier, genau das meine ich, Ramiro. Er ruft sicher wegen der Choreografie an. Jem, der braucht doch nur einen Vorwand, um mich anzurufen, okay? Es dreht sich nicht alles nur um dich. Hier, jetzt ruft er mich an. Wie, du gehst da ran? Wieso nicht? Ich kann doch mit ihm reden, auch wenn du mit ihm Schluss gemacht hast. Sag mal. Mädels, wartet. Ich meine, das lässt sich doch alles lösen. Bitte doch jemand anderen um Hilfe. Ramiro ist ja nicht der einzige Tänzer auf der Welt. Eben doch. Ramiro ist der Einzige, der alle unsere Stärken und Schwächen kennt. Nur er kann uns helfen. Ich will mal was klarstellen. Was? Wenn du Ramiro um Hilfe bittest, kannst du alleine weiterproben. Wie? Ist das jetzt eine Drohung? Nein, ich würde eher sagen eine Warnung. Mädels, das ergibt doch keinen Sinn. Vertragt euch doch einfach und... Nein!